Und ich hab schon gedacht, der futtert meine Blume weg. Geld. Und wir sind gleich bei der letzten Welle angekommen. Schon wieder mal. Ich weiß gar nicht, wie lange ich grad aufnehme. Aber egal. Interessiert euch ja nicht wirklich. Und ich denk immer, der frisst schon meine Blume. Geld. Gut, alle Gräber sind weg. Schon ein Pluspunkt. Erstmal kommt niemand aus nem Grab raus. Und jetzt verprass ich einfach nur noch das Geld. Und da kommt er schon. Langsamer, langsamer, werde langsamer. Noch langsamer. Noch langsamer. Komm, geh weg. Oh, der Helm hat schon ne Beule. Okay. Ich halte ihn jetzt so lange auf, bis er stirbt. Er ist gleich weg. Und er ist weg. Ach. Gut. Nächste Pflanze haben wir. Eispilz lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Jo. Was ist da? Tanzzombie. Geil. Michael Jackson. Ja. Fange ich jetzt einfach mal an. Nehme ich den und die Pilz. Obwohl den. Egal. Eine Blume. Ein Grabfresser. Nehme ich den mal. Pack das weg. Und nehm den oder ich weiß nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich nehm den. Gehen. Eigentlich habe ich gehört, der Michael Jackson Zombie wurde rausgenommen. Oder habe ich jetzt ein Update nicht gekriegt oder keine Ahnung. Ist ja auch wo er ist. Ich sollte lieber mal warten, bis ich wieder Sonnenblumen habe und nicht gleich die Dinger bauen. Was tue ich denn da? Aber ich habe ja so Skill. Nehme ich nicht. Komm schon. Jetzt dauert es noch länger, bis ich Sonnen habe. Aber es gibt auch wieder nur eine Welle. Das ist gut. Stört mich auch nicht. Um genau zu sein. Flop. Gut. Jetzt brauche ich wieder noch eine Sonne. Eine Sonne. Brains. Und wir sind schon fast bei der Mitte. Und wir haben so gut wie noch gar nichts gebaut. Oh man. Es dauert einfach zu lange mit den Sonnen. Und da unten kommt schon der erste Spitzkopf Larry. Larry. Öh. Thriller. Thriller. 질�. Oh, brauche ich gar nicht. Jihihi. Oder doch. Ja, und da. Oh, du dreckiger Scheißpilz, du. So. Okay. Scheiß-Drecks-Pilz. So, nichts zu gebrauchen hier, ey. Ich muss alles selber machen hier. Verdammter Kaka. Oh, Mann. Jihihi, Michael Jackson. So hoch komme ich nicht mehr. Do the thriller. Thriller, nein. Lalalalala. Spitzkopf, Larry. Der Name ist so dämlich. Aber egal. Gut, jetzt die letzte Sonnenblume. Geht doch. Letzter Pils. So. Und jetzt. Genau. Ach, du Kacke. Letzte Welle schon. Und ich bin gerade erst fertig geworden mit Aufbauen. Da kommt MJ. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe den Grabfresser nicht benutzt. Das ist ein Fail gewesen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der bringt sowas von gar nichts. Ich halte ihn jetzt nur noch auf. Atompilz. Okay, der heißt nicht Atompilz, oder? Oh, Mann. Ohne Heilspilz wäre irgendwie geiler, wenn der Atompilz heißt. Zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Ihr werdet schon sehen, warum ich den jetzt Atompilz nenne. Ähm. Wir brauchen mehr Platz. Wirklich. Zack. Ich habe keine Ahnung, was ich alles reinnehmen soll. Hm. Ich nehme einfach mal den mit. Äh. Ja. Aus reinem Jux. Aus reiner Jux und Dollerei. Ah, da ist was Neues, oder? Was steht da? Was steht da? Äh. Was steht da? Äh. Gescheiten. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr das lesen könnt. Schreibt mal in die Kommentare, was da steht. Geschehen. Dann geschehen. Dumm geschehen. Keine Ahnung. Aber ist ja jetzt auch egal. Ich muss die Zombies bekämpfen. Und ich habe den Pilz falsch gesetzt. Da. Ähm. Die Zombies kommen früher als gedacht, irgendwie. Oder irre ich mich? Irre. Irre. stirb. Ja. Stirb. Geht doch. Er läuft da erstmal bis zum Ende. Beißt einmal in den Pilz rein und dann verschwindet er. Oh, geht ja schon Zack, zack Der muss weg Der, das Grab Ach du Da kommt schon ein Typ mit Ein Spitzkopf Larry Typ, sage ich mal Ich hoffe mal, das klappt Also, dass der umfällt Dass der Kopf abfällt Ja Klappt Die kommen wirklich früher Irgendwie Oh, ich hab grad Ich hab grad gedacht, ich hab keinen Stinkpilz dabei Oh, Mann Dann werden die Fliegengitter Zombies so Die werden viel schwerer so Oh, nein Da kommen wieder zwei Zack, zack Oh, nein, geh weg Gut Sonnenblumen sind fertig gebaut Brains Pack ich das Ding Da Da Hin Okay, ist noch nicht Wow, Sonnen Und ich Fress jetzt erstmal ein paar Gräber Oh, und da Fehlt Der ist fertig Den packe ich da hin Und den werde ich Bei einer Welle einsetzen Entweder bei der Oh, der kommt ja gleich eine Entweder bei der Oder bei der Letzten Wird man ja dann sehen So Und noch ein Stinkpilz Und da kommt noch ein Stinkpilz Da äh, lächst du mal meinen Pilz in Ruhe Spitzkopf Larry ohne Spitzkopf mehr Gut Ich glaub für die Erste Große Welle ist das Gut Also Wird hoffentlich Klappen Und da kommt Michael Jackson Hab ich, oder? Ich hab grad irgendwie Die Diese Melodie von Michael Jackson Zombie gehört Naja Hab ich mich wohl verhört Wer du frisst Mein Grabfresser Gut Ai, ai, ai Sonnenblumen 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 Ah, ich mein Sonnen Und ich hab schon wieder Das Falsche Wort Als erstes gesagt Oh Mann Oh Mann, oh Mann, oh Mann Geld Geld Schon 2570 Euro 80 Yo Und die Gräber sind auch gleich weg Alle Geh weg da Great Hint Packe ich Das da hin Genau Was kann ich noch so bauen Ich mach noch ne Reihe Nach Noch ne Reihe damit Hab ja genug Sonnen Kann mir's ja leisten Und der Grabfresser ist fertig Und da rauf Ey Lass das Weg da Weg da Weg da Weg da Gut Zack 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 Ähm Ich will jetzt mal raus aus der Nacht Ich mag die Nacht Nachtlevel nicht Ich will am Tag Ich will gute Musik hören Peppige Musik Alles Los Gräber sind weg Ich brauch jetzt nur noch Verteidigung Noch mehr Verteidigung Hm Packe ich die jetzt mal Da hin Da hin No Lade schneller Oh Ich wollte gerade sagen Mit ganz viel Glück Frisst der den noch auf Wenn Ich wollte gerade sagen